Die Offenbarung Drei Tage später, irgendwo in den frostigen Gipfeln des Altrakgebirges. Der Lichtkönig wusste, dass ich euch töten würde? Natürlich. Er entschied schon lange vor Ausbruch der Geißel, dass ihr sein Held sein solltet. Wenn er so allwissend ist, wie können ihn die Schreckenslords dann so kontrollieren? Sie sind Agenten derer, die unseren Meister geschaffen haben. Der feurigen Lords der brennenden Legion. Was ist das für eine Legion? Eine gewaltige dämonische Armee, die zahllose Welten verschlungen hat. Nun kommt sie, um diese Welt niederzubrennen. Unser Meister wurde geschaffen, den Weg für ihre Ankunft zu ebnen. Und die Schreckenslords wurden geschickt, um seinen Erfolg zu gewährleisten. Die Seuche von Lordaeron. Die Zitadellen in Nordend. Das Massaker an den Elfen. Das alles war nur die Vorbereitung auf eine gewaltige dämonische Invasion? So ist es. Mit der Zeit werdet ihr feststellen, dass unsere gesamte Geschichte von dem bevorstehenden Konflikt bestimmt wurde. Kommt jetzt. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir haben viel Arbeit vor uns. Innen stairs alignment und wir öffезet. Hier soll auf unsere newer代nenden Konflikt sipchen. Vielen Dank.